er macht eine hinge jetzt macht mit ihnen wahrscheinlich gerade so ein insgeheimen die treten nicht an die punkte nach unten den verein geht es für die irgendwie so ein ding ich kann das ist extra ein tor schießen hat banane crew gesagt sie waren hart gewinn gegen uns wären also wir haben gesagt die laden sein wann denn man gut zu wissen alle da auf geht ein wie war sieg oder spielabrochen wenn wir verliehen dann halt hinter dem tor liegen schon die facke jonas bist du auch da bin dabei da sind wir dabei das ist prima einer von denen ist geflogen oder nicht antwortet doch so lelek alter hätte meine zeige jetzt erst auf ja ich wollte nur gucken ob du da bist ok jetzt aktivieren alle ihre hex ja also ich spiel im 352 kengeluke hat uns ja geschickt einen bot of a6 haben die auf jeden fall ich bin mit dreierkette ja 352 ich glaube der eine ist wirklich close nein 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 das spiel bereit machen also wir haben anstoß jungs wo spielt tavis wo spielt tavis muss das flex für die stadt die trainer so heiß genau so wie linienrichter und a b die lutze so alle können sich alle bewegen ja 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 und auch nein zu sagen so und dass ich lass mal gucken dass wir links sicher hinten stehen ja Gute Idee, versuchen wir nochmal. Das wieder andauernd hinterher laufend. Nein, Mann, ich bin direkt geflankt. Sie kommen nicht durch, gut verteidigt und die Chancen ist vorbei. Lustig. Boateng. Da ist die Hereingabe. Szene geht weiter. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährdet werden können. Und da ist der Ball wieder weg. Ich spiel den Ball, ich habe keinen Stoß. Der kann die. Mauer, zwei nach rechts. Anderes rechts. Noch einer mit nach rüben an die Sechse. Mauer, noch einer rechts. Ja, ich kann nicht weg, sonst. Und laufen lassen. Du schießt. Tohete ist da, kein Problem. Geht rechts lang. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh no. Sehr gut gevloggt vor Abwehrspielen. Jetzt kriege ich den Ball, ne? Jetzt müssen Sie aufpassen. Ich habe bald das Auge, mate. Keine große Sache. Kiri ist gekauft. Echt so. Aufpassen auf durch. Mitlaufen ein bisschen. Falls Sie lang machen. Oh. Gefährlich. Oh ja, easy. Oh ja, easy. Das ist getriggert, alter. Kommentieren. Punkt, ey, sorry. Das war das einzige, was er machen konnte. Macht der Kackspieler dabei auch. Mit aufpassen, der erlöst sich. Tolles Zuspiel. Das war keine wirkliche Herausforderung. Ich bin nur gelaufen. Er passt ihn auf den Flügel. Das macht er gut. Einfach fallen lassen, ist Elfmeter. Das kann doch nicht sein, ey. Was sind denn das für Schüsse, Mann? Mal kontrollieren. Da kommt der Pass auf außen. Lustig. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen. Boateng. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Guter Zweckang. Er passt nicht runter. Oh, das ist der Ballverlust. Was ist denn das schon wieder? Ja. Nein. Was ist denn das schon wieder? Ja, aber hast du gesehen, was er schon wieder so lange gebraucht hat? Das hat er doch abzählig gemacht. Ist doch egal. Das war doch angefickt. Also, dass er so stark auftreten. Schön, der Heuselang. Da ist Jonas. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ribery. Das könnte gefährlich werden. Das sieht gefährlich aus. Jetzt schießt er. Junge, war das knapp. Ah, da können Sie jetzt durchatmen. Das wäre wieder so Thorsten nichts. Links. Ich geh auf ein 11er. 11er. Long. Tag. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ach so. Esser sitzt denn. Schade. Aber keine Gefahr. Klose. Ribery. Da kommt es. Nice. Das gibt einen Wurf. Klose. Lustig. Da passt er auf. Er hat den Ball. Wird da was draus? Okay, mach. Mach erstmal ein bisschen nach vorn. Ja. Ja. Na ja. Mach ihn. Kopf. Klose. Gerade. Gerade geht's auch jetzt. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Kommt. Hier. Mach kurz. Hier. Ja. 3, 2, 1. Sorry. Ich wollte mal reinlegen. War gut. Oh, da läuft einer. Ja, hast du. Ich bin rechts. Leere links. Ich mach links, Linie lang gleich. Boah, ich laufe King Jonas. Wollte ihm verlängern. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, ich dachte, ich verlängere dann einfach einen durch. Naja. Da pfeift der Schiedsrichter und wir haben den Rosa auf Beistuss geben. Er für die. Kommt. Mauerhöhe erstmal. Lass mal drauflaufen, die Mauer. Einer an die 6, Mann? Falls das die 6 ist. Ja, der an dem, der brauche. Sorry. Klasse, Technik. Lewandowski. Ach, scheiße. Sollte auf Aqua durch. Oh, Mann, wieso drückt das ein? Hm. Jetzt wird's gefährlich. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Der Ballverlust. Keine gute Aktion. Nachspielzeit. Haha. Ich hab fast verkackt. Da hab ich verkackt. Hinter den Absichtern hat es heute. Oh. Ja, gehen wir nochmal 2 mit da hinten. Am besten, dass wir da 3 und Bot haben. Mach 2. Wir haben keine Bots. So, ja, stimmt. Oh, klasse. Keine Ahnung, wir haben einen Bot. Hätte ich auch dich machen sollen, Jonas. Alles gut. Mal versuchen, nach einer Ecke den drauf zu köpfen. Wahrscheinlich auch. Ist in deren Hälfte irgendwo Freistoß? Also ihr müsst halt darauf aufpassen, die laufen immer relativ offensichtlich an und wollen durchschicken. Die Defensive steht wohl. Gefahr erstmal bereinigt. Was noch? Verstand er gut? Und geht weiter. Ey, Horn hat bevor du nichts hattest. Ja, einfach raus. Kannst du rechts lang probieren. Ja, mach mal rechts lang. Jo. 3, 2, 1. Ding. Ey, diese Annahme, ey. Da geht er dazwischen. Diese Annahme. Und der erste Mal ist das? Ich dachte, du drückst direkt durch, deswegen bin ich damit gelaufen. Was? Ich dachte, du drückst direkt 3 auf, was ja. Ja, aber es ging nicht. Es ging nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab den Ball so angenommen. Der läuft auch eigentlich. Im Hintergrund schreit Jenny rum. Bei Jonas? Ja. Ich glaub, Jonas ist das rausgeflogen, oder? Nee, der ist einfach nur gemütet. Weil er wurde jetzt erst bei mir online angezeigt. Okay. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Der schreit der aus. Und mit dem Mittag. Das ist eine Torchance. Schön, ich sag. Hast du noch? Kannst du mir spielen, dann hau ich ein... Ach was? LaVetsi. Jetzt ist Platz für den Konter. Den kommt blau. Lewandowski. Da zieht er ab. Oh. Schön gemacht. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Schön gemacht. Schön gemacht. Den Ball kann er abfangen. Das sah gut aus bis hierher. Genau, wie passt von mir. Ja, danke. Schönes Ding. Kommt gleich auf dich, Aqua. Geht auch nicht. Defensiv waren sie ist gut. Ist das schlecht, ey. Ist das schlecht. Egal. Kopf hoch, weiter. Die schwarze Linie, der schwarz zu weiß. Oder zu hell. Bist du hier ein schwarz-weiß oder was? Ja. We have game book color. Und das könnte der Gelegenheit werden. Ach komm. Das ist eine gute Position. Äh, zwei nach rechts. Zwei nach rechts. Noch ein. Noch einer mit nach rüber auf die andere Seite. Schieß. Da kommt der Versuch. Ah, der geht der Ball dort noch vorbei. Ach, das sah so aus, als würde der reingehen. Tolle Szene. Ich dachte, er ist drin, ne? Zender auffassen mit dem Feier. Rüber aufs Verkiss, rüber aufs Verkiss. Ja. Bitte wieder nicht mal. Das ist jetzt gefährlich. Lustig. Gutes Deckling auf außen. Klar, gib an. Genau, ist jetzt. Hast du weit oder so? Ja, ja, ich hab ihn weit hin. Drei, zwei, eins, go. Boateng. Jo. Einfach raus. Boateng. Fort mit Ansage zurück. Super. Stark geholt. Lewandowski. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Boateng. Founded. Geht der rein. Schock. Ah, jetzt ein guter. Oh, 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 oh. Ganz starker Einsatz auf der Linie kommt der an den Fall. Links offen mitzumachen. Bin tot. Jetzt wird's gefährlich. Tolles Zuspiel. Röntrauch. Achtung. Mag den. Nice. Hab ich. Alter, mein ganzes Sprand. Weiterfassend. Der war immer um 5.9. Also schön. Ziemlich frei in der Mitte, stell dich mal noch dahin, oder? Ja, geh mal noch einmal auf den Evo. Der Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Mit dem Ball am Fuß, Richtung gegnerisches Tor. Klose, eine starke Parade. Rücken wäre echt nochmal gewesen. Jetzt der Fuckboy. Ja, ich habe auch Flanken gedrückt, aber ich hatte erst Schuss gedrängt und er hat das noch übernommen. Ja, dann kommen wir weiter. Fokus. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr tickt für den Außenseiter, der hier überraschend in Front liegt und das alles andere als unverdient. Schade. Sag er nicht. Komm, Schiri. Bumi, 1-2-4. Einfeld. Klose. Klasseaktion, Ball ist weg. Achtung jetzt. Aber warum? Nimm ihn doch an. Drück L1, dann bremst du ab. Äh, was ist denn jetzt? Ball ist das für die... Er hat den abgefangen, ne? Oben. Durch, Mitte, aufpassen. So, unten als Flank. Jetzt wird's gefährlich! Er zieht ab! Nice. Schön. Film blockiert. Ball ist vorne raus. Ohne. Ball ist, probier's. La Vecci. Rossi. Anna? Einwurf, der Ball war draußen. Da hat der Tor war keine großen Probleme. Ich hab's auslocken lassen, komm. Bitte, bitte. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Super dazwischen gegangen. Oh je. Klasse-Tagling. Also nochmal, auf. Ja. Auf. Kommt. Rene. Hinten auf das Enten. So weiterspielen, er hat auch Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Kommt, äh. Ist das eine Torschung? Ja. Da haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Hinten. Oder so? Lewandowski. Winter links. Hinten. Der Blick auf die Uhr, neun Minuten bis zum Ende. Klose. Kommt, zweite. Lewandowski. Es ist unfassbar, es ist echt ein Witz. War es nochmal reingelegt? War es draufgekippt? Es war ein Schuss. Da geht er hin und nach. Oh, 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 oh. Eikön. Halt. Wir haben auch mal abseits gewesen. Mach kurz. Hinten auf sichern. Kurz und flank dann rein, aber nicht direktes. Kacke. Die kurze Variante. Kommt. Da kommt die Flanke. War kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Hinten. In der Szene muss erpfeilen. Egal, der ist noch hinten durch. NS4V ist und keine Karte. GG. Ich? Ja. Ja. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier nochmal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Richtig, dass er hier feift. Das war's. War noch nicht mal eins. Aufpassen, komm. Ja, ich würde gerade sagen, aufpassen jetzt. Lauft auf jeden Fall mit rein. Ich versuch den zu blocken. Bleibt das, sie bleibt. Bleibt hier auf der Linie mit. Wird's jetzt gefährlich? Ribery. Nice. Was war? Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird's hier nochmal lauter die Fans merken, da kann noch was gehen. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie nochmal so vorne. Ich versuch den zu flanken. Entweder sicher stehen. Hast du? Ah, hier diesen Pass weg ist der Ball. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugreifen. Ja, lustig. Um links, um links, um links. Äh. Nur falls ihr habt Zeit, das könnte gefährlich werden. Wollen wir Blöken bitte? Das hier auch. Aber mit Linie stellen. Ja. Oh, leil. Ich dachte, ich krieg einen Mann auf. Also, wir haben immer richtig gut für uns. Easy win, ey. Gar nichts anpassen lassen. Tag ist schwer, ey. War echt guter Sprung. Da hat viel zu wenig toll geschossen. Ja, und du musst schneller abspielen vorne. Gerade. Eben. Fokus, warum? Jawohl, Zweikämpfe 120 Prozent. Achso, so sah das auch aus, Alter. Das ist echt jeden weggeholt, ey. Aber nur Zweikämpfe 6 von 5 hat er auch. Ah, mein Liebespiel. Ich hab einen Man of the Match bekommen, Jungs. Meinungen. Mein Liebespiel findet auch mal ein Porn. Das ist aber eigentlich Spaß. War wieder unverdient, denke ich. Oh.